So, hallo meine lieben Schätzleins und all die, die so nicht genannt werden möchten, ein Schätzlein ist definitiv mal dabei. Ich bin dabei, ja. Der Flo heute beim Adventurien, was eigentlich ein Krampfnamen, aber irgendwie Leute feiern das, ich weiß nicht warum. Er prägt sich ein. Er prägt sich ein. Und schön, dass du heute mal zu Gast bist. Wir machen das hier mal wie immer Freestyle. Wir wollen vor allen Dingen auf unsere Highlights heute so des Uhrenjahres eingehen. Also auf Uhren, auf Dinge, die uns persönlich gefallen haben und so weiter. Und ich denke mal, könnt ihr uns heute hinterher auch in die Kommentare schreiben, was ihr so als Highlight habt. Genau, das ist auch spannend. Aber auch wird auch spannend, oder? Ja, sowohl für uns als auch für euch. Ja, und ich habe direkt, ich starte, bevor wir hier losgehen, ich starte mit einem Geschenk für dich. Oh, das klingt gut. Das ist zwar jetzt nicht wirklich Geschenk. Ja, weil eigentlich hast du es bezahlt. Aber kannst du euch mitnehmen. Ja, super. Das ist schon mal ein Highlight. Oh, so rum. Ja, nicht schlecht, ne? Neue Dings draußen. Einer der Abonnenten. Bitte schön. Hier. Kann ich direkt empfehlen. Und heute Abend dann mal lesen. Ja, vor allem die, die jetzt noch abonnieren, zahlen jetzt noch 69 Euro. Und ab nächstem Jahr werden wir es auf 89 hochsetzen müssen. Weil tatsächlich Papierpreise und so weiter, Produktion als solches deutlich teurer, als sie uns das gedacht haben. Ja, ich meine, ich habe ja in die Verlagsbranche den einen oder anderen Einblick gehabt in meinem Leben. Ist so. Ja, kann man nicht wegdiskutieren. Kann man nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, du wirst selber bestätigen können, dass das Ding eigentlich sehr hochwertig ist. Das ist sehr, sehr cool. Das ist ja die dritte Ausgabe, glaube ich. Ja. In der ersten war ich ja mitvertreten. Und dann habe ich als Zuschauer bzw. Leser weiter natürlich interessiert, das Ganze verfolgt. Das Abo war ja sofort da. Und ich finde es eine coole Möglichkeit, diese Hybridlösung. Du liest was und kannst gleichzeitig auf die Videos zugreifen. Und das, finde ich, gab es einfach noch nicht. Ne, ne? Es ist wirklich sowas zum Entschleunigen. Das heißt, du hast was Antidigitales, sage ich jetzt mal. Genau. Aber wenn du Bock hast, hast du, okay, komm, ich will mal gerade nochmal gucken. Zack. Und du kannst immer wieder nachschlagen. Das heißt, alle Uren, die wir mal drin hatten, sind da drin. Genau. Und wird cool. Ich hoffe, hast du auf Instagram mal eine Story gesehen mit der Zerbissler in Speicherkarte? Ja. Ich hoffe, da waren nicht Fotos drauf. Das ist nicht für die nächste Ausgabe. Das wäre schlecht. Das wird ein bisschen blöd dann. Ich habe gehofft, dass es eine war, wo du schon wusstest, was drauf ist. Aber... Ne, ich habe keine Ahnung, was da drauf ist. Als fast da können verborgene Schätze noch drauf gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Dann sind sie jetzt sehr verborgen. Ja. Und teilweise im Magen von unserem Windel. Schön. Ja, so ist das. Ja, Adventurien. Und ich habe, bevor wir jetzt nämlich losstarten, nochmal für all die, die das letzte Adventurien nicht gesehen haben, nochmal als Erinnerung. Wir haben eine Spendenaktion laufen. In dieser Spendenaktion spenden wir für die Kinder Nothilfe. Wir gucken uns hinter das Projekt noch aus. Da sollen die ja selber entscheiden, da, wo es am nötigsten ist. Und unter allen Spendern verlosen wir jede Menge Uhren. Da ist also schon eine Mark & Sons dabei. Da ist... Da wird nach Hannard dazu kommen. Ich weiß nicht. Ich habe das alles im letzten Video gesagt. Eine Tito Nies... Ich sterbe schon. So viel... Das haut den stärksten Mann um. Seit Wochen... Monaten fast habe ich diesen Husten. Schrecklich. Also Tito Nies dabei und so weiter und so fort. Also da kommt auch heute noch wieder was dazu, was ich euch zeigen werde. Sehr, sehr cool. Wir stehen aktuell bei 3830 Euro. Das ist schon eine ganze Menge. Und auch wenn er da so bescheiden ist und das nicht ansprechen möchte. Aber ich möchte nur sagen, der Mann hat 1150 Euro in den Topf getan. Vielen lieben Dank an der Stelle. Hat mich mega gefreut. Freut mich vor allen Dingen auch für die Kinder Nothilfe, dass wir jetzt so einen Push kriegen. Und vielleicht schaffen wir ja den Rekord. Wir hatten es vor zwei Jahren, hat aber 9800 Euro am Ende gehabt. Wäre natürlich geil. Wäre super. Aber ich meine, da zählt ja alles. Wirklich. Also egal, ob viel, wenig, Mittel... Also jeder, der was entbehren kann, das ist ja gern gesehen. Absolut. Und ja, immer her damit. Genau. Letztens hat einer, glaube ich, zwei Euro gespendet. Das ist ein bisschen blöd. Da hat er auch die Gebühren nicht übernommen. Das heißt, da bleibt am Ende, ich weiß nicht, da bleiben, glaube ich, Centbeträge. Weil Paypal hat ja eine kleine Gebühr. Stimmt. Also so ein bisschen. Also das sieht doch fast aus wie, ich möchte nur eine Uhrenverlose im Teil nehmen. Also es soll eigentlich Kindern helfen. Kinders. Also von daher wäre das echt schön, wenn ihr jetzt mal hinterm Ofen hervorkommt. Und ja, also er hat die Massenmesslatte hochgelegt. Meine Casio ist auch verkauft worden. Da ging jetzt auch nochmal 500 Euro von meiner Seite rein. Also haben wir jetzt schon eine schöne Summe. So, und damit wir direkt das so anfangen, bevor wir jetzt zu unseren Highlights kommen, abhaken. Ja. Kann ich dir mal zeigen. Guck mal. Das ist auch drin. Ich packe es jetzt mal in dieser schnörkellosen Verpackung. Ich bin gespannt. Ich habe mein Mikro so nonchalant liegen. Das ist ja nicht schlimm. Nö, da passiert nicht. Komm mal so was. Weil das, natürlich gibt es dafür hinter die Originalboxen und so weiter. Jetzt bin ich so grobmotorisch im Auspacken. So, boah, das sieht mir aus wie, ah, richtig, eine Maurice Lacroix Icon mit grünem Blatt. Ja, sehr geil. Ich packe das mal aus und zeige das mal eben. Hattest du mal die in grün? Ich hatte die nie in grün, finde sie aber mit am coolsten tatsächlich. Ich hatte sie mit blauem Blatt damals. Sieht man, sieht man wahrscheinlich nicht. Ja, wir filmen das hinterher ab. Ja, also das ist theoretisch die mit grünem Blatt. Die Icon in der Automatik-Variante mit auch noch dem grünen Kautschuk-Wechselband. Alles dabei, ihr seht. Alles dabei. Nasal New. Komplett neu, ist auch noch komplett verklebt, wie ich hier sehe. Ja, definitiv eine Highlight-Uhr. Also, absolut schön. Also, das grüne Blatt auch mit diesem dunklen, leicht chargierenden Grün. Und dann mit dem Band. Mit dem Band, ja, absoluter Eye-Catcher. Pass zu Weihnachten, so grün, rot. Definitiv, ja. Ja, sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch stolz. Vielen, vielen Dank, Maurice, für diese wunderschöne Uhr. Ich musste mir auch nochmal angucken. Ich habe es doch gar nicht richtig geschaut. Ja, ich finde die mega. Richtig schön, ja. Die ist mega schön. Also, ist von den Zifferblatt-Varianten eine der, wie ich finde, schönsten und auch am besten tragbarsten. Weil das Grün ist präsent, sticht aber nicht so ins Auge, dass man es nicht kombinieren könnte. Ja, absolut nicht. Und wenn man es richtig knallig will, dann eben das grüne Band drauf und dann passt das. Ja, finde ich auch. Ja, also, ich finde es mega cool. Ist jetzt also auch mit drin. Das heißt, jeder, der spendet, hat die Chance. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade, ich glaube, wir haben jetzt 100 Spender ungefähr, meine ich. Und, ja, das heißt, die Chance ist jetzt nicht so gering, dass man da gewinnt. Also, wenn man überlegt, sonst geht das an über 40.000 Abonnenten oder sonst irgendwas, finde ich nicht verkehrt. Plus, man tut was Gutes. Ja, das ist absolut der Hauptanreiz. Absolut, natürlich sollte das sein, aber es ist ja ein nettes Goodie noch den beiden. Klar, man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, vor allen Dingen preislich ist da aktuell echt viel im Topf, wenn man das mal überlegt. Schon nicht schlecht. So, dann haben wir noch etwas, was in die Verlosen kommt. Die Uhr wird tatsächlich unter allen Abonnenten verlost, damit die Leute nicht sagen, wir müssen jetzt spenden. Nein, unter allen Abonnenten wird diese Uhr am vierten verlost. Am vierten Advent. Genau, am vierten Advent. Urien dann, wenn wir den Sieger bekannt geben. Das heißt, abonniert uns und abonniert Fortis, den Fortis-Kanal, denn wir haben hier eine schöne Tara. Ach nee, das war, ach nee, da gehen die Papiere drin. Kennst du diesen Karton von Fortis? Nee, aber sieht fancy aus. Ja. Eine sehr schöne, ihr seht auch noch, alles komplett original verklebt. Sie ist frisch gekommen. Und, da kann ich sie aufmachen. Eine Flieger 41. Auch nicht schlecht, oder? Sehr, sehr cool. Ja. Mal gucken. Oh, hier kann man sie gut reinhalten. Ja. Ach, ich werde die nachher auch nochmal filmen. So, also eine wunderschöne Fortis Flieger 41, auch mit in der Verlosung. Dafür dann einfach hier ein Abo dalassen und bei Fortis dann auch. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr sowieso abonnieren. Also lohnt sich auf jeden Fall. Absolut. Lohnt sich. Und, ja, unter allen, die natürlich ihr Abo offen haben, das solltet ihr offen haben, dass ich das auch nachvollziehen kann, verlosen wir einfach einmal am Ende diese Uhr. Also, schick, ne? Auch von der Größe gut machbar. Ja. Nicht zu klein, nicht zu groß. Ich glaube, das passt vielen ans Handgelenk. Ja. Und hier, da muss man irgendwo, gibt es den Trick, das richtig zu drücken. Ich glaube, so. Ja. Finde ich schlecht, ne? Geheimfass. Da hast du dann Papier oder sowas. Bisschen Detektivarbeit noch leisten. Ja, sehr schön. Dann haben wir auch das drin. Also, ihr seht, wirklich Adventurien lohnt sich, ne? Das lohnt sich auf allen Ebenen, ja. Die Videos, die Uhren, das Spenden. Macht Spaß. Ja, ja. Ich glaube, jetzt hat wirklich nichts mehr zur Verlosung. Jetzt können wir eigentlich mal mit unseren Highlights anfangen. Starten wir mit den Highlights. Starten wir mit den Adventurien Highlights 2022 an Uhren und Co. Und ich war vorhin, ich hatte es dir schon gesagt, am Recherchieren und habe dabei gedacht, naja, was gab es denn eigentlich alles so Neues? Und ich muss sagen, die meisten Sachen fand ich, ja, ja, so ein paar Sachen sind dabei, definitiv. Aber eine Sache fand ich echt witzig, die habe ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Und da muss ich sagen, wow, das ist echt faszinierend gewesen. Na, das ist, wenn du das iPad nach 180 Jahren gefühlt nochmal anmachst. Jetzt zeige ich dir das. Ich bin gespannt. Und dann musst du mir sagen, ob du es wusstest. So, jetzt wirst du mir sagen, wusste ich. Ja. Aber jetzt sag mir, ob du auch das wusstest. Habe ich gesehen bei Instagram. Echt? Ja. Und finde ich mega. Hammer, oder? Ja, finde ich überragend. Absoluter Hammer. Und zwar, wir reden hier von, ja, wir blenden sie natürlich nachher nochmal ein, von der Omega Gold Edition für die Bond-Fans, ja. Ja, mit irgendeinem, ich habe das noch nicht richtig gelesen, Canopus Gold, das ist wahrscheinlich eine Art Weißgold oder sowas, dann mit dieser Lunette, mit Baguettstein, karibischen Flair, mega Uhr. Völlig ungewohnt bei Omega so eine Uhr zu finden, oder? Ich habe auch nur das Bild gesehen, keine technischen Hard Facts, nichts, aber das fand ich überragend. Was ich schade fand, das gab dann direkt aus verschiedenen Kanälen bei YouTube und Instagram, die Unkenrufe, ja, das wäre im Prinzip wieder eine Rolex-Kopie, bla bla bla, das wäre nachgemacht und so weiter und so fort, finde ich gar nicht, ja. Wieso, welcher Rolex jetzt, wie heißt sie, die Tiger oder was, oder welcher Rolex? Ich weiß es nicht, aber ich finde jetzt bunte Steinchen auf eine Lunette setzen, ist jetzt nicht Rolex. Also das darf und kann jeder und ich finde die Uhr sehr gelungen und ich finde sie überragend, auch gerade in Kombination mit dem Zifferblatt, mit dem Band, richtig schön, ja. Ja, also ich finde, da muss man, ja, man muss, das ist so wieder was, wo ich denke, wie kann man denn so seltsam drauf sagen, ja, das sieht jetzt wieder aus wie das, wie das, hey, das ist eine Omega, das ist eine ganz klare Omega-Form, das Einzige, was dann vielleicht jetzt auch mal ist, sie haben, naja, ich meine, Rolex vermindert auch Metall, ja. Da darf jetzt keiner mit Metall rauskommen, ja, das ist so albern, also wirklich an dieser Diskussion habe ich auch gar keine Lust, mich weiter zu bezeichnen, sonst spreche ich mich da nur in Rage. Aber mega, mega, diese Farbe finde ich mega, ich würde die instant tragen, ja. Weißt du, was die kostet? Nee. Habe ich mich auch nirgendwo gesehen. Nee, nee, habe ich auch nicht gesehen, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, während der Flo hier rumhutscht, also jetzt ist es vorbei. Ja. Also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, mich würde das auch interessieren, aber ich vermute viereckig. Ja, ich denke auch, es wird nicht ohne sein, ja. Also wahrscheinlich, wenn das Weißgold ist und all so ein Tralala, die werden wahrscheinlich an die 100 oder sowas gehen wollen. Das wird nicht ohne sein und ich frage mich auch, ist die limitiert? Wahrscheinlich, also Omega und Sonne-Uhr schreit fast nach einer Limitierung. Hier steht nichts von wegen, dass hier limitiert wäre, aber Anniversary Edition, ja, krasses Ding, 42 Millimeter Durchmesser, ich würde mir die an einem schwarzen Kautschukband richtig klein vorstellen. Das würde richtig knallen, ja. Das Milanese-Band finde ich daran nicht so der Brüller, aber das ist tatsächlich ein spät gefundenes Highlight für mich von Omega, weil eigentlich war Omega für mich dieses Jahr so, ach so, die haben tatsächlich jetzt mal, da kann ich es verstehen sagen, so ein bisschen die James Cameron nachgemacht, ne, dieser Ultra-Deep oder was, die eine heißt Deepsea, die andere heißt Ultra-Deep, blauer Farbverlauf, auf sehr, also das ist schon sehr, sehr nah dran. Da sieht man Parallelen, ja. Leicht. Leicht, ja. Man muss viel Fantasie haben, aber leicht. Ja, minimal, ja. Ja, also ich habe sie tatsächlich noch nicht live gesehen. Ich auch nicht, nein. Also ich weiß nicht, wie sie aussehen wird, aber naja, aber das war ja sowieso das Jahr der Lookalikes, oder? Doch, definitiv. Also da gab es einige von großen Marken, die große Marken interpretiert haben. Ich habe jetzt hier von Maurice zuletzt eine gehabt, die Carrera sozusagen, Lookalike, die sei ja echt wahnsinnig, ich habe die danach daneben gehalten, mal im Video, krass, ja, also wirklich sehr, sehr ähnlich und schon heftig. Das waren die Pontos, gell, die kriege ich, ich glaube, nächste Woche. Ja, da müsst ihr ja mal sehen. Ist interessant. Interessante Uhr auf jeden Fall, auch schön, aber es ist eine eindeutige, für mich ein Hommage an die Carrera oder sowas in der Art. Ja. Ja, ich finde es immer spannend, wie sich das irgendwie gegenseitig befruchtet und jeder versucht dann trotzdem was Eigenes draus zu machen. Es scheint ja zu funktionieren, sonst würden die Brands das nicht tun. Aber, ja, es ist spannend irgendwie zu sehen. Also ich finde ja, also wirklich, dass wir große Marken gemacht haben, ist ja erst salonfähig geworden, eigentlich, meiner Meinung nach, nach Zenith, oder? Nach dem Release damals der Daytona-ähnlichen Chronomaster Sport. Ich glaube, das waren so die erste große Marke, die eine Uhr gemacht hat, die Parallelen hat, sagen wir jetzt mal. Es nahm danach gefühlt zu, ja. 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 Also gerade von großen Marken, die große Marken als Vorbild genommen haben. Also ich meine, man hat ja auch Maurice beispielsweise bei der Icon unterstellt, das wäre ein Lookalike oder eine Hommage von einer Royal Oak, was aber ja definitiv an die Kalypso, ein hauseigenes Modell angelehnt ist. Und die Genta-Designs, die findet man überall im Prinzip wieder. Ich meine, der hat ikonische Uhren designt und da haben sich andere Brands von inspirieren lassen, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht eine direkte Hommage von einer Royal Oak. Also da wird auch viel rein interpretiert. Aber dann gibt es wiederum Uhren, wo man definitiv sagen kann, die wurde inspiriert von Modell XYZ. Ja. Ja. Ja, ich sag mal so, auch natürlich im Fall von Zenith, mega erfolgreich. Ja, da gab es ja auch Listen, glaube ich, der Wartezeiten. Ja, ja, immer noch. Auch die ist auch für mich eins meiner Highlights, die Boutique Edition von der Chronomaster Sport mit so einer dreifarbigen Lütte. Mega genial. Also wenn ihr da noch welche kriegen solltet, geht mal auf den Shop. Spannendes Ding. Echt spannendes Ding. Aber das waren so jetzt einfach so meine Uhrensachen. Habe ich noch, ja gut, darf ich das sagen? Ja, da kann man auch hier nochmal in groß. Das ist definitiv mein Uhrenhighlight, die Corazon Del Mar, die Canama, die ist echt meiner Meinung nach sehr schick geworden. Wo habe ich denn jetzt meinen Notizenzettel hin? Du hast den unter den Uhrenboxen. Ah, ich habe den unter den Uhrenboxen gemacht. Nicht, dass ich jetzt noch von meiner Meinung nach so etwas verbrauchen würde. Gut, die Skyline fand ich auch nicht schlecht von Zenith mit dieser sehr schnellen laufenden Sekunde. Und eine, die fast in dieses Jahr gerutscht wäre. Ich habe gedacht, die werden dieses Jahr mich gewundert. Warum finde ich sie nicht? Mega geile Uhr. Aber, also das ist etwas, was mich sofort wieder reizen würde. Die Carlos Fuente von Hublot. Diese Zigarrenuhr. Ja, 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 ja. Ich meine, ich habe die auch im Humidor ausgeliefert. Ja, 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 ja. Ich sage Carlos Fuente auf jeden Fall, die Fuente. Supergeile Uhr. Ja. Super, super, supergeile Uhr. Habe ich auch nicht live gesehen, auch nur auf Filtern. Ich habe sie in der Hand gehabt. Hätte ich mal zuschlagen sollen. Ja, ich fand aber auch bei dir im Video, ich habe sie jetzt, ich war jetzt kürzlich auf einem Hublot Event, da habe ich mal gefragt, die Gourmet fand ich auch ziemlich nice im Video. Live habe ich sie leider nicht sehen können, weil sie irgendwie nicht da war, wie auch immer. Aber fand ich sehr reizvoll, muss ich sagen, im Video. Live müsste ich sie mir mal an. Es war so ein bisschen bling-bling, weil die sehr glänzend war. Und das ist, wenn du so Damaststein, dann kommst du normalerweise nicht so. Aber erst habe ich gesagt, boah, ist aber sehr bling-bling. Und hinterher habe ich gedacht, na, irgendwie nicht schlecht. Wenn du so am Arm hattest du sowas. 42 war also nicht so riesig von Hublot. War nicht verkehrt, glaube ich. Ja. So, jetzt erzähl. Dein Highlight. Ich weiß eins. Darf ich eins sagen? Ja. Ich vermute, also wir raten. Ja, sag. Die, äh, wie heißt der? Mario. Ja. Siehst du? Die Super Mario. Richtig. Das ist definitiv ein Highlight. Die Super Mario Formula One, also Takoya Formula One X Mario Kart, ist der volle Name. Definitiv ein Highlight, bei dem ich auch zugeschlagen habe. Ähm, auf 3000 Stück limitiert, kam jetzt im Oktober raus. Ähm, weltweit auf 3000 Stück limitiert. Eigentlich keine riesige, äh, keine, keine sehr kleine Limitierung. Aber trotzdem war sie ausverkauft. Ich glaube, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas. Ich kam noch über die Hamburger Boutique an eine ran und er tragt sie super gerne. Ist eine schöne Uhr. Die ist nicht zu kindlich, sag ich mal. Also sie strahlt trotzdem eine gewisse Seriosität aus. Man wird nicht erschlagen von dem Thema Mario Kart, aber man findet es überall in der Uhr wieder. Ja, und als Kind der 90er, ähm, groß geworden mit Mario Kart, ähm, macht es halt einfach Spaß. Ist eine coole Uhr. Und, ähm, ich trage sie sehr gern. Hab sie gerne. Hättest du mitbringen können. Stimmt, hätte mir mal dran denken müssen. Ja, bringe ich vielleicht Donnerstag beim, beim Zuschauer treffen. Ja, stimmt. Da sehen wir ja ein paar von euch. Hoffentlich war das. Das klappt alles. Ich denke schon, also, noch bin ich gesund. Also, ich war ja mal ein bisschen krank. Ja, ich hoffe, ich bleibe gesund. Das ist ja Wahnsinn aktuell. Umgeben von kranken Menschen. Überall. Überall. Unfassbar. Okay. Weiters Highlight? Ähm, sehr persönlich, aber auch natürlich dadurch ein Highlight sind noch zwei Uhr. Zum einen. Ich heiße es. Die, die ich anhabe. Äh, der Markus war live dabei. Ich habe dieses Jahr geheiratet und, äh, wir hatten eine große Feier im August, die freie Trauung. Äh, da trat ein Zauberer auf. Ähm, sehr, nicht klassisch, wie man sich zu Zauberer vorstellt, sondern sehr witzig und sehr cool. Das war eine Überraschung von meinem Bruder und einem Freundeskreis, der, äh, bei meinem Bruder und mir praktisch mit dranhängt. Und, äh, der letzte Trick war, der hieß die erscheinende Uhr. Und, ähm, ja, es erschien da, vielleicht kannst du sie gerade in die Kamera halten. Äh, die Tissot, äh, PRX Quarz in der goldfarbenen Variante in groß sowie auch in klein als Partneruhr für meine Frau und mich. Und, ähm, ja, das ist natürlich ein, äh, sehr großes Highlight. Das war ein riesen Geschenk von dem besagten Freundeskreis, meinem Bruder und noch einem anderen Freund, der sich da dran gehängt hat. Und, ähm, das war natürlich rein uhrenmäßig auch noch mal ein schönes Highlight. Sehr, sehr cool. Ja, und, ähm, das war, das war eben ein, ein Uhren-Highlight. Habt ihr beide, ne? Das heißt, du eine und deine Frau eine, ne? Äh, Jackie hat die, äh, kleinere und ich hab die größere Variante. Und, ähm, das dritte Uhren-Highlight, äh, bezogen auf wirklich Uhrenmodelle, dann kommen natürlich noch Events und so, da kommen wir ja gleich noch drauf, war, äh, mein Alexander-Schurukow-Unikat, das dieses Jahr fertig wurde. Stimmt. Äh, da muss ich mal irgendwie was bei Instagram posten. Ich hab da immer nur Storys. Ich glaub, ich hab noch nie einen Post hochgeladen. Es gibt auch kein Video, weil ich die so ein bisschen privat gehalten hab, die Uhr bisher. Ähm, die hatte ich an bei tatsächlich der Trauung selber und bei der standesamtlichen Hochzeit, auch dadurch natürlich ein besonders persönlicher Bezug und weil sie eben individuell nur für mich nach meinem Design entworfen und entwickelt wurde. Hat von der ersten Idee mit einer langen Pause, Corona-bedingt und weil es dann ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, fast zwei Jahre gedauert und im Juli diesen Jahres war sie dann fertig, ja. Ja, musst du unbedingt mal einen Review machen. Ja, müsste ich echt mal machen. Ist tatsächlich ziemlich schwer zu filmen. Du kennst ja das Zifferblatt. Ähm, das Zifferblatt ist ja mit so Brillantstaub bestreut. Und der reflektiert des Grauens. Und wenn du da mit einem Makro drauf gehst, ist es schwierig, immer im Fokus zu halten. Aber, äh... Ja, das glaub ich. Ich gebe mal mein Bestes, ja. Du musst manuell den Fokus einschauen. Ja, anders werd ich's nicht hinkriegen. Aber ein Review müsste da mal kommen. Ja, absolut. Hat noch ein handgraviertes Werk hinten, ein Poljot-Chronographen-Handaufzugswerk, komplett handgraviert. Du hast ja gesehen, die Uhr am blauen Koko-Lederband. Also, ist schon eine eigentlich recht schlichte Uhr für Schorokoff. Aber auf den zweiten Blick wirkt sie dann richtig, ja. Ja, Schorokoff ist ja wirklich jetzt so... Die machen's ja schon ewig, ne? Aber so, ich glaube, so langsam richtig angekommen, ne? Bei den Leuten. Ja, also, was ich mitkriege, die haben auf Messen viel mehr Zulauf. Auch die hatten teilweise tatsächlich eine Wartezeit von ein paar Wochen immerhin, ja. Weil die mit den Bestellungen einfach nicht nachgekommen sind. Und das freut mich einfach zu sehen, dass es sich langsam bei denen jetzt wirklich entwickelt und die ein immer besseres Standing in der Szene kriegen. Und ja, das einfach... Das Interesse da ist auch an ausgefallenen Uhren, die ein bisschen abseits des Mainstreams sind. Weil das ist ja der Fall. Und das war, glaube ich, die allererste Uhr, die du auf keinem Kanal vorgestellt hast, die Gloka, oder? Das war die erste oder zweite. Also, entweder das war die Maurice Icon, also Maurice Lacroix Icon, oder die Gloka. Eine von beiden war die erste und die andere die zweite. Wie lange ist das her? Das ist drei oder vier Jahre her. Ich glaube, 2018 könnte das gewesen sein. Also dann vier Jahre. Wann hast du angefangen? 2018, ne? Ja. Da hab ich noch so geredet und die Reviews so gemacht. Hör auf. Ich hab letztes Mal auch noch... Ich mag das mit Nostalgie gucken. Ja. Jetzt muss ich mittlerweile, glaube ich, 850 Videos runterladen. 850 Videos. Jetzt muss man sich mal reinziehen. Allein die Lebenszeit, die für Schnittaufnahmen und sonst was da draufgegangen ist, ist der Hammer. Also, und deshalb, du siehst halt wirklich so, du scrollst so runter und der Bart wird erstmal immer weniger grau. Je tiefer du scrollst. Und man wird auch wieder ein bisschen schmaler. Das habe ich bei mir auch beobachtet. Das ist schon faszinierend. Aber, ja, also es macht Spaß. Und wenn man dann das erste Video sich anguckt, war auch so, Hallo und Willkommen zum ersten Uhrenmachrichten. Man hat so, ich weiß gar nicht, man versucht dann immer besonders langsam zu sprechen, damit man halt verständlich ist. Das ist schon witzig, ne? Und lustigerweise bei mir, die in meinen Augen mit schlechtsten Videos hat die weiß draufgegangen. Ja, ich weiß, es ist traurig. Aber klar, ich hatte halt damals viel mehr Rolex. Ich war einer der ersten, der die GMT Master 2 Pepsi auf dem Kanal hatte, deutschsprachig. Bei der Batman dasselbe in grün. Das hat halt gezogen, ja. Und jetzt bin ich natürlich weg. Ja, und der Algorithmus war damals, glaube ich, noch ein bisschen anders drauf. Der war anders, ja. Also du hattest einfach auch mal die Chance, dass du mit einem coolen Video auch mal irgendwie weiter nach vorne kamst. Ja, definitiv. Und das ist so mittlerweile so, ich weiß nicht, ne? Also irgendwie hat das, ich weiß nicht, es ist einfach seltsam. Nur, dass teilweise so gehypte Sachen nur noch gepusht werden, finde ich total blöd. Weil das ist halt nicht das, was eigentlich, ja, vielleicht den Leuten interessiert. Deshalb auch bei Flo erstmal abonnieren auf jeden Fall. Ja, natürlich. Flomp 89. Und immer auf die Glocke klicken, weil sonst wird dir halt irgendein random Scheiß vorgeschlagen. Also nie dann, wenn wirklich ein Video kommt, dass es online geht. Genau. Aber weißt du, was ich schade finde? Dass YouTube diese Funktion deaktiviert hat, zumindest sehe ich sie nicht mehr. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das noch irgendwo findet. Ich bin gerne, wenn ich einen Kanal entdecke, den ich gerne gucke, dann gucke ich mir gerne die ersten Videos an. Genau deshalb, weil ich schon zu wissen will, ach, guck mal, wie hat es denn angefangen? Und früher konntest du sortieren alt nach neu. Kannst du nicht mehr. Habe ich nicht gesehen, aber kann gut sein, ja. Du kannst nur noch sortieren nach irgendwie das Neueste und irgendwie Beliebteste. Aber dass du mal die alten zuerst sortierst, finde ich total seltsam. Das ist komisch. Weil gerade das finde ich eine coole Funktion, weil man möchte ja gerne mal gucken. Und du kannst, überleg mal, du willst jetzt mal sagen, hey, was war denn von meinen drei Jahren? Da scrollst du dir erstmal einen Wolf bei mir, bis du mal auf zwei Jahre gekommen bist. Da hat ja auch keiner Bock drauf, da durchzuscrollen. Man will ja die Entwicklung sehen, möglichst einfach dargestellt, möglichst schnell erreichbar. Schade, aber naja, scrollt trotzdem mal runter. Es gibt immer noch ein paar interessante Videos. Ja, das ist immer witzig. Teilweise ein bisschen Fremdscham, also bei mir zumindest. Ja, 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 ja. Das Schlimme ist, also ich meine, jetzt wird es hier gerade ein Retro, sage ich schon, Vintage-Video hier mit Nostalgie. Aber wenn ich mir jetzt vor ein oder zwei Jahren die Videos noch angucke, im Keller mit der Belichtung und dem Ton, wo ich denke, Alter, da warst du schon vier Jahre dran. Und trotzdem, und du fandst das damals super, und trotzdem ist die Entwicklung nochmal von da auf jetzt nochmal 100% gewesen. Krass. Das ist verrückt, ja. Wie viel Luft da eigentlich immer noch nach oben ist, wenn man schon denkt, man ist am Piepen. Ja, ja. Ist so. Naja, aber machen wir mal weiter. Ja. Was haben wir denn noch? Jetzt sind wir Uhren schon durch oder kommt noch was? Uhren sind wir durch. Ja, dann geht es wahrscheinlich Richtung Events und Messen, ne? Genau. Also Watch-Event, da warst du ja leider verhindert. Kann ich nicht als Highlight erkennen. Es war trotz dessen, dass du nicht da warst, was ja schade war, ein Highlight, weil es war einfach cool. Ja, coole Marken waren da, Fortis, Fortis war da, ja? Ja. Fortis war da und du wurdest würdig vertreten, ja. Daniel und Nadine haben da ja einen super Job gemacht. Ich habe mich auch redlich bemüht. Und die Leute sind eh immer cool. Ja, also du bist ja auch da nochmal an alle, die da waren, insbesondere zum Beispiel an den Martin. Da freue ich mich immer, euch zu sehen. Und nee, es war einfach ein schöner Abend und da freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ja, im Mai. Ich weiß, ich habe mir irgendwo, der Termin steht ja schon, glaube ich, aber... Ich weiß auch nicht mehr. Wann war das nochmal? Irgendwann. Mitte Mai, glaube ich, irgendwann. Ja, ja. Also ich glaube, das zweite Wochenende im Mai, der Samstag wieder, ist es dann. Und das ist so... Ja, also theoretisch, wenn ich dann gesund bin, komme ich da auch sehr gerne hin, mal auf mein Watch-Event. Ja. Und dann Watch-Time, ne? Genau, Watch-Time, ja. Watch-Time war auch cool. Ja, da haben wir uns ja auch gesehen. Ja. Donnerstagabend auf dem Füchschen. Auf dem Füchschen. Ja. Auf dem Füchschen, ja. Freitag war dann auch cool. Aber da hast du wahrscheinlich, da hast du ja gedreht und sehr viel mehr gemacht und erlebt als ich. Ich war da ja kein Privat im Prinzip. Ja, ich war halt überall, ne? Ich war halt hier und da und war an den Ständen mal unterwegs und machte halt Bock. Ist halt wirklich sehr persönlich, diese ganze Messe, finde ich. Und du triffst immer wieder Leute, die du auch dann kennst aus der Branche oder auch teilweise die Zuschauer. Fand ich super geil. Und der Jan Buhmann, der ist übrigens auch von Kiel angereist. Dann, glaube ich, Kiel, ne? Meinlich war das extra zur Watch-Time. Um mal den Uhrenratgeber zu treffen, fand ich mega. Also das fand ich, ja, also ich finde immer so Zuschauertreffen macht einfach Spaß. Ja, das ist super. Ne, das war echt schön. Und da ist auch noch ein Highlight, tatsächlich uhrenmäßig. Ich durfte mir die Sinn-Ausphalt-Gold-Kollaboration angucken. Das war auch nochmal sowas, wo ich gesagt habe, ey, cool, einfach mal was Neues von Sinn mit einer Sneaker-Marke beziehungsweise mit einem Sneaker-Store. Frisches Design, coole Uhr und das hat mir in Kombination mit der Watch-Time auch sehr gut gefallen. Also frisch, spritzig und neu in Verbindung mit Sinn habe ich bislang, sorry, aber nie so erlebt. Das war ja doch eher sehr klassisch, traditionell, ne? Also Sneaker-Marke habe ich mir echt gerade so hoch, ne? Aber es war, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das auch ein großer Fan der Marke war, der... Der Eigentümer des Sneaker-Stores, der hatte, glaube ich, dieses, also eines dieser Modelle, da gibt es ja, ich kenne mich bei Sinn in der Modellpalette jetzt nicht im Detail aus, aber der hatte eines dieser Modelle schon selber gekauft, so als erste Luxusuhr und war damit Sinn sehr verbunden und dadurch kam diese Kooperation zustande, ja. Ja, sehr cool eigentlich, ne? Ja gut, und der Sneaker-Store kommt aus Darmstadt, Sinn kommt aus Frankfurt, also das ist alles so meine Heimatregion und da finde ich es halt nochmal cooler dann, ja. Alles nicht weit weg, ne? Ja. Ja, nicht schlicht. Ja, dann, ich kann euch hier auf jeden Fall schon mal den Bruder Flo vorstellen. Hallo, ich bin's. Denn die Bruderschaft, der Bund der Zeit, erwächst und gedeiht in kurzen, ich soll mal sagen, in langsamen Schritten, weil wir wirklich uns überlegen, wer kommt rein, wer nicht rein. Waren ja auch ein paar Bewerbungen von euch, manche konnten dann auch nicht zustimmen, weil wir immer einmal abstimmen dann, es müssen alle Gründungsmitglieder abstimmen. Wir sind zehn Stück an der Zahl, anonym und am Ende, wenn halt einer dagegen ist, haben wir am Anfang gesagt, okay, dann lassen wir das erstmal, auch wenn neun weitere den nett und super finden, weil wir dann eben wirklich 100 Prozent haben wollen. Und dabei haben ja auch ein paar in die Gruppe, in die Gruppe, kommen in die Gruppe, in die Bruderschaft geschafft. Und ja, das wird spannend und nimmt Form an, macht Spaß, ist sehr intensiv, auch unter Austausch. Und ich gucke mal, vielleicht packe ich euch den Link zur Bruderschaft unten rein, wenn man am Anfang überlegt, machen wir das jetzt alles als Geheimbot? Das war ja am Anfang so ein bisschen, mittlerweile ist es ja eher so eine Art Lebenseinstellung rausgeworden, in Verbindung mit Uhren. Und dann kann man mal unten verlinken auf die Seite, da könnt ihr euch mal angucken. Und vielleicht gibt es dann auch ein Bewerbungsformular. Wenn ich das nicht schaffen sollte, einfach an bewerbung.uhrenratgeber.net, ne, an Bruderschaft.uhrenratgeber.net, eine kurze Bewerbung schicken und dann gucken wir mal, ob wir denn euch ein Plätzchen finden für euch. Ja, vor allem interessante Mischung an Leuten, finde ich, haben wir. Ich meine, das sind ja Leute mit Industriekenntnissen, Leute, die einfach Uhren sammeln, Leute, die ansonsten mit Uhren zu tun haben, beruflich wie nebenberuflich. Also, das ist eine super spannende Mischung an Leuten, wirklich. Ja, und ich bin gespannt, wenn man wirklich so in einem Verbund dann wächst und man komplett so die gleichen Werte und Ziele hat, glaube ich, kann das eine richtig coole Sache werden. Ja, ja, davon gehe ich aus, ja. Und ich hoffe mal, dass es dann natürlich irgendwann auch vielleicht vom Wachstum her etwas schneller geht, wenn wir vielleicht ein bisschen lockerer werden, weil man kann es nicht immer alles nur durchkontrollieren. Aber ich glaube, die Leute finden sich schon von ganz alleine. Ich meine, das ist ja alles noch sehr am Anfang. Zudem muss man auch Zeit geben und die Strukturen müssen wachsen, am Anfang langsamer, aber dann, glaube ich, wird das Stück für Stück auch schneller und dynamischer werden. Was ich dir noch gar nicht gesagt habe, das hast du gar nicht mitgekriegt, ich hatte das nämlich gepostet vorhin, wir werden wahrscheinlich jetzt für die Brüder einen Ring machen. Zusammen mit meinem Schmied, der ja auch die Messer macht demnächst, wollen wir einen Ring machen für die Bruderschaft. Das finde ich sehr geil. Sehr nice, ja. Das finde ich echt cool. Ja, und dann hat jeder sogar diesen schönen Erkennungszeichen oder was. Kann man sich aber immer keinen Ring trägt, weil dann an den Hals hängen oder sowas. Aber fand ich, kam mir vorhin die Idee, weil ich dachte, Mensch, das könnt ihr doch vielleicht machen. Und dann können wir vielleicht Ringe machen. Also ihr seht es, die Bruderschaft wächst, sie gedeiht. Vor allem kann jeder seine Ideen einbringen. Alles wird angehört, kommentiert und dann besprochen. Da ist nichts unerwünscht im Sinne dessen, wenn man die Werte beachtet, da kann jeder sich einbringen. Das finde ich so schön. Ja, und macht auch echt Bock. Ja. Macht Bock. Ich gucke mal gerade. Nehmen wir auch noch überhaupt auf. Nicht, dass wir hinterher... Ich gucke mal hier kurz. Ich bin mal kurz weg. Ja, das sieht gut aus. So, dann. Ich habe sie schon vorgestellt. Habe sie, aber möchte ich euch nochmal zeigen, weil ich habe ja immer eigentlich so ein Vorführmodell. Es ist endlich angekommen. Das ist jetzt im Prinzip nagelneue. Die gibt es jetzt bei mir im Shop. Ein Stück von der letzten, die Flare Red. Also ich denke mal, die wird mit Sicherheit mal bald ein wenig mehr wert sein, weil auch oft diese, wie soll man sagen, diese limitierten Sondermodelle bei Casio wirklich durch die Decke gehen. Das ist irre. Die gibt es eine Zeit lang und dann nimmst du die irgendwann weg und dann siehst du die Preise. Fast schon wie bei Rolex oder sowas. Wahnsinn. Ja. Cool finde ich hier die Farbe und das Leuchten. Das habe ich aber, glaube ich, im Video gezeigt. Das, was du hier so grau siehst, das leuchtet hinterher nach. Ja, aber die Farbe, die Farbgebung ist richtig cool. Hat wirklich Feuer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die machen halt immer so irre Sachen. Aber wie gesagt, könnt ihr ja nochmal im Video schauen. Ja, und ich warte noch auf mein Highlight. Mein Highlight ist schon bezahlt. Ja. 7.500 Euro. Für eine G-Shock ist es echt irre. Das ist Wahnsinn. Aber da steckt ja auch viel mehr dahinter. Absolut. Absolut. Es ist so, das ist immer nur so mein Quarzherz, was nicht so ganz für Quarzuhren schlägt. Das ist immer so ein bisschen, weil so als Autouhr geil. Ja. Weil dann kosten sie ja auch in Anführungsstrichen zwischen 50 und vielleicht 1000 Euro. Aber 7,5 ist dann immer so ein bisschen so, wenn das jetzt noch ein, wenn der Sekundenzeiger zwar Quarz, wenn wir trotzdem laufen würden, wäre das technisch auch möglich. Aber da sind sie sich eigentlich, mein Gott, es gibt genug Quarzuhren, die richtig Kohlekosten und die gekauft werden. Aber für mich ist das immer noch so, so Quarz. Aber trotzdem, ich fand die so geil. Hast du, ich hab's dir mal geahst. Du hast mir ein Bild mal geschickt. Ich hab übrigens grad ein Video zu dem Thema gemacht, vorgestern, Dienstag. Was ist heute für ein Tag? Nee, nicht Dienstag, Donnerstag hab ich's rausgebracht. Heute ist Sonntag. Samstag. Also vor ein paar Tagen hab ich's rausgebracht. Warum Uhrenliebhaber Quarzuhren hassen, so ist der Titel, läuft recht gut. Also das ist ein Thema, was anscheinend viele Leute wirklich bewegt. Hab ich auch schon mal gemacht. Ja, also die Kommentare auch durchweg gespalten, sag ich mal. Auslöser dafür war, ich hab eine Grosalco vorgestellt, mit Quarzwerk, wo ich ja sag, wenn Grosalco was gut kann, dann ist das Quarz, Sprint Drive und Co. Plus eben Gehäuse und Zifferblatt. Das können sie. Bei Bändern und Co. Kann man drüber streiten. Und da waren dann so Kommentare drunter, wie ich würde mir den Unterarm abhacken, bevor ich mir so eine Uhr ans Handgelenk schnalle und so, wo ich mir dachte, ja, das muss jetzt nicht sein. Das war die Intention für dieses Video. Und da sieht man aber auch mal, es gibt wirklich viele Leute, die auch Quarz mögen oder tolerieren zumindest für bestimmte Zwecke. Aber es gibt eben auch viele, die sagen offen, ne, hab ich keinen Bock drauf. Einer hat sogar offen geschrieben, ne, er steckt Leute in Schubladen und eine Schublade wäre eher in negativen. Wenn eben einer eine Quarz-Uhr trägt, dann ist er halt durch. Ja, gut. Da frage ich mich, was passiert dann, wenn einer eine Rolex-Oyster-Quarz trägt? Welche Schublade wird dann gewählt? Das ist eine ganz andere, das ist eine ganz untere Schublade. Also es ist ein Thema, wo viel Emotion dabei ist eben bei den Uhrenliebhabern. Ja, es ist natürlich klar. Es ist irgendwie so, dieses Quarzwerk hat natürlich durch die Quarzkrise wahrscheinlich so einen negativen Effekt, weil es ja so die mechanischen Uhren fast zerstört hätte, obwohl es einfach nur ein technologischer Fortschritt war. Es ist gegenüber einer normalen Uhr einfach noch überlegen, auch wenn es halt nur aus 20 Teilen besteht. Wobei man ja jetzt mittlerweile sagen muss, das, was natürlich so eine G-Shock zum Beispiel wieder kann, das ist ja schon einiges. Das ist ja jetzt nicht nur Quarzwerke. Aber gut, es ist letztendlich ein Computer am Gelenk. Und ja, eigentlich ist alles massivst hochwertig. Also von daher ist sie allein schon diesen Preis wert. Und wenn nur dieses, aber klar, das ist so eine Marke, die halt immer Quarzwerke gehabt hat und die werden einfach stoisch weiter ihren Weg gehen und werden weiter Quarzwerke. Aber macht auch am meisten Sinn, es ist eine G-Shock. Das können sie aber auch. Und ich habe auch das Gefühl, das habe ich auch im Video gesagt, ich habe das Gefühl, bei G-Shock wird es akzeptiert. Also es gibt wenig Leute, die sagen, Quarz ist scheiße, ich hasse G-Shock. Also habe ich zumindest nicht mitbekommen. Wenn jemand sagt, er mag Quarz nicht, dann ist das bezogen auf eine Breitlinge, auf eine Grand Seiko, auf eine Tissot oder sonst was. G-Shock wird immer ein bisschen ausgeklammert. Ja, G-Shock darf das. Ja, G-Shock ist so eine eigene Welt irgendwie. Und hat auch eigene Sammler. Also wirklich Leute, die nur G-Shock sammeln. Das ist schon ganz faszinierend. Die wirklich ihre Sammlung voll mit G-Shock sammeln. Ich meine, da ist jetzt in Hamburg, glaube ich, ist der Store. Da warst du da nicht auch? Ja, ja, das Gefühl. Genau. Da sind ja eigene Stores, wo wirklich die Leute gezielt hingehen. Das ist verrückt. Ja, ich habe jetzt letztens einen Kommentar geschrieben, er war gerade im Store, hat wahrscheinlich mein Video gesehen, war im Store, hat dann dort gekauft und ja, das ist definitiv, also ich meine, die 7500 Euro Kasus sind alle weg, also die sind durchverkauft. Also da gibt es 500 Stück von. Japan sind die ganz gehypt da drauf und das sind, also unter Fans sind das genauso wie die Hämmerton. Versucht mal eine Hämmerton überhaupt zu kriegen. Ja, die hattest du damals auch im Video, meine ich. Die fand ich auch cool. Ja, mega mit diesen. Die habe ich jetzt noch gesehen mit, oder durch dieses blau-grau ist die, ja, so ein eisgrau, also mit ein paar goldenen Elementen, also die ist schon cool. Also ich glaube, wenn du sie mal live sehen würdest, wobei ist natürlich immer noch eine G-Shock. Ja. Ganz klare Kiste, aber wenn du sagst, die Hämmerton fandst du cool, dann ist die mit Sicherheit auch nicht schlecht. Also ich weiß, ich kann halt differenzieren, glaube ich, zwischen, ich weiß sehr zu schätzen, was da drin steckt und weiß wert zu schätzen, was da für eine Arbeit drin steckt und für Gedanken und kann sagen, der Preis ist gerechtfertigt und ich verstehe, dass da eine Leidenschaft für brennt und trotzdem ist es nicht meine Welt. Ach so. Und das finde ich, ist ja vollkommen legitim. Das machst du ja nicht anders. Du sagst ja auch oft, ey, wenn jemand die mag, vollkommen gut fein, ist aber nicht meins. Und das ist bei, gerade bei Quarz, habe ich das Gefühl, oft ein Ding, was viele nicht wollen oder nicht können. Die sagen halt, nee, ist Quarz, finde ich scheiße. Vollkommen egal, was die mir sonst zu bieten hat. Ja, ja, das ist so. Also klar, ich habe ja auch, wie gesagt, ein Video gemacht, für mich ist Quarz immer seelenlos und das stehe ich auch heute noch zu. Es ist für mich eine gewisse Seelenlosigkeit, wenn ich als mich, also wenn ich ein mechanischer Uhrenfan bin und auf Lange und Söhne gucke und danach ein Quarzwerk daneben lege, ja, wo ist da doch die Schapfungshöhe. Von daher ist das so, aber ja, wie gesagt, ich trage ja selber die ganzen G-Shots. Ich glaube nicht, also ich glaube, ich würde mir von keiner anderen Marke tatsächlich eine Quarz machen. Das ist mal definitiv so, weil sie dafür einfach viel zu viel auch Automatikmodelle meistens im Angebot haben, sodass ich gar keine Quarz nehmen muss. Und dementsprechend wäre das nichts. Aber ja, wie du schon sagst, ich finde, man kann sich doch, ich finde zum Beispiel, du sagst ja, würde ich mir den Arm abhacken. Das sind schon so Aussagen. Also ganz ehrlich, bei mir würde sowas schon wieder raus in den Kommentaren fliegen. Warum? Weil ich finde das einfach schon wieder bashing. Das ist mir schon wieder too much, den Arm abhacken. Hallo? Man kann doch mal leben und leben lassen. Auch wenn ich selber sage, ich würde es nicht tragen, kann ich doch sagen, okay, ich lasse die Leute leben und ich kann vielleicht verstehen, warum er das gut findet. Muss ich denn immer so bam, auch wenn du jetzt sagst, G-Shock, nicht meins, überhaupt nicht. Das ist doch völlig normal. Dann bin ich ja jetzt auch nicht beleidigt, weil du sagst, das ist jetzt nicht meins, das ist doch völlig normal. Ja, ich meine, davon lebt ja die Uhrenwelt, dass es verschiedene Geschmäcker gibt und verschiedene Leute verschiedene Uhren gut finden. Ach ja, Also von daher, tragt das, wo ihr Bock drauf habt. Richtig. Weil letztendlich ist das völlig Latte und lasst es sein, euch einreden zu lassen, wenn ihr die Uhr am Arm tragt, dann seid ihr ein Uhrenkenner oder irgendwie sowas. Das ist totaler Bullshit. Tragt die Uhr am Arm, die euch gefällt und dann ist es egal, ob denn jetzt ihr der Connoisseur seid oder nicht. Ihr tragt eine Uhr und das ist geil. So sieht es nämlich aus. Ja, genau so. Ja, und nicht anders. Ja. So. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Ich glaube, wir sind dann damit, also mein Lieben, wenn ihr den Typen da abonniert habt, ist schon mal gut, ja, und danach direkt eine Spende raushauen, ja, ab jetzt müsst ihr über 1.150 Euro pro Spende ausgeben. Nein. Also wie gesagt, ich freue mich über jede Spende und die Kinder freuen sich über jede Spende. Also von daher, Hauptsache, wir kommen hoch, ja, gebt Gas, spendet rein und am Ende verlosen wir. viele, viele Uhren, das wird sehr, sehr cool und ja, ich bedanke mich, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Wie immer sehr gerne, mal ein zackiges, ich würde schon fast sagen, kurzes Knackiges, aber wir sind ja jetzt schon wieder, keine Ahnung wie fein. Locker 45 Minuten oder sowas, Material zumindest. Haben wir die da voll und ja, war cool und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.